Heiraten liegt im Trend. Und so konnten künftige Ehepaare, Trauzeugen, Schwiegereltern, Brautjungfern und alle Interessierte sich über unterschiedlichste Ausstattungen und Angebote für den großen Tag auf dem Hochzeitshof Glasin informieren. Hier fand am 6. Oktober in Norddeutschlands wohl schönste Hochzeitsmesse statt. Doch wie steht es eigentlich um die Heiratszwillingen in Mecklenburg-Vorpommern? Jährlich steigen die Prognosen und auch in Mecklenburg hat die höchste Heiratsziffer deutschlandweit. Also das ist durchaus im Trend. Zahlreiche Dienstleister und Ausstellungsstücke lockten Heiratszwillige gar aus Berlin und Hamburg. So konnten unzählige Kleider gesichtet und teils sogar anprobiert werden. Gleich nebenan gab es eine Beratung zum perfekten Make-up. Und während sie noch die passenden Accessoires begutachtete, konnte er beim Goldschmied schon einmal zusehen, wie das äußere Symbol der ewigen Liebe geschmiedet wird. Wer auf der Suche nach individueller Brautmode war, kam bei der Modenschau von exklusiven Designer-Kollektionen voll auf seine Kosten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ist die Wahl der Mode getroffen, konnte man sich über das Drumherum des Hochzeitstages beraten lassen. Von individuell gefertigten Einladungs- und Dankeskarten über Livemusiker für die Trauungszeremonie bis hin zum Fotografen hatten die Besucher die Möglichkeit, ihre eigene Zusammenstellung für den perfekten Tag zu treffen. Wir haben sehr guten Zuspruch und die nächste Saison kann super starten. Wir sind sehr zufrieden.